Moin Moin, der Homie von Homies Welt hier. Wie ihr seht, befinde ich mich mitten im Dschungel, bin in Not. Ich habe doch richtig eine Waffel, oder? Ist egal, Greenscreen und so, ja. Ich mache heute einen Selbstversuch und habe mir ein Epaar-Paket gekauft. Und damit werde ich heute den Tag verbringen, also mit nichts anderem, wie wir es bei meiner Wohnung, weil draußen ist nass und bäh. Das ist das Epaar-Paket Typ 4 und ich bin echt mal gespannt, was da so drin ist, wie das so schmeckt und ob ich Hunger habe. Also ich werde auch heute den ganzen Tag nichts anderes essen, außer das, was hier in diesem Epaar-Paket drin ist. Das habe ich bei dem Großen A gekauft und ich glaube, ich meine, das war 15,95, ist natürlich für den Tagessen 15,95 eine Menge, aber ich bin einfach total gespannt, man hat ja immer nur bei YouTube gesehen, was hier denn wirklich so drin ist und ob es auch reicht über den Tag. Da könnte ich auch, aber mit dem Handy kurz ein Foto machen, dann hätte ich das Foto mal rein. Ist auf jeden Fall aufgeräumt. Ich habe noch nichts gegessen, um die Scheiße Hunger. Also wir haben einen Lieferschein. Wir haben hier Trinkwasser, Trinkwasser, Trinkwasser und Trinkwasser. Also ich denke mal, beim Trinken werde ich ein bisschen schummeln, weil 400 Milliliter am Tag ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig. So, dann habe ich hier ein Roggen-Schrotbrot geschnitten in so einer Dose. Da mache ich gleich mal auf, richtig. So, dann haben wir Konfetüre, Aprikose und Erdbeeren. Und dann haben wir Mettwurst gekocht und Schinken-Creme. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Panzerplatten, ein paar geht. 50 Gramm Schokolade. Und mein Mittagessen, also ein bisschen wenig, ne? Geflügel-Hacksteaks mit Curry-Reis. Ja, wo ist das andere Essen? Wir haben, warum sind immer Tempos damit bei? Also Taschentücher. Sind die zum Arsch abputzen? Oder warum gibt man Tempos? Egal. Und wenn ich doch in Not bin, dann ist das Letzte, weil die brauchen keine Tempos, ne? Egal. Zweimal Kaffee. Ich denke ja mal kein Kaffee. Kann ich ja dem Glas mitbringen. Zweimal Kaffeeweißer. Viermal Zucker. Eine Mini-Packung Streichhölzer. Macht ja Sinn. Viermal Getränkepulver, isotorisch. Ein schwarzer Tee. Einmal Salz. Einmal Salz. Oh, unten. Brühewürfel, fette Brühe. Ich bin jetzt schon hoher. Ja, dann probieren wir mal das Brot. Ich hole mir mal eben einen Becher. Ja, weiß ich auch noch nicht hier mit dem Wasser. Ach, hier ist die Schlaufe. Äh, Schlaufe. Wasser aus dem Alubeutel habe ich auch noch nicht getrunken. Hab ihr schon mal so Elba-Pg benutzt? Na, wirklich nur ein Schlückchen, ne? Da haben wir so Getränkepulver rein. Ich gebe mal das zweite Wasserpakete rein. Ich hab Durscht. Schmeckt halt wie komisches Wasser, wenn ich sage. Was machen wir mal wieder da eigentlich? Ach, weil der Bäcker bestimmt zu hat. Aber das ist halt immer komisch, die erste Feier, was da... Habt ihr Weihnachten ja gut überstanden? Oh, riecht nach... Riecht nach Orange. Prost. Boah. Alter. Boah, schmeckt das scheiße. Boah, da kann ich gar nicht... Das riecht total erfrischend, das Orange. Schmeckt aber wie... Ach, ich würde sagen wie Kuhpisse, aber... Ich weiß nicht, wie Kuhpisse schmeckt. Bäh. Buh. Ja, dann essen wir mal hier so ein Lecker... Boah, ich weiß gar nicht mehr, den Hals hat. Brot ist in so einer Alu-Dose. Wie so eine Fischdose oder nur. Sechs Scheiben Brot. Ich bin von mit Aprikose, fange ich mal an. Ach so, wie lange ist das überhaupt haltbar? Bis Mai 23 die Aprikose, Februar 24, bis Dezember 23, auch bis 10.23. Jetzt haben wir Ende 21, also so zwei Jahre, ne? Ja, Mahlzeit, ne? Also Brot schmeckt wie ein normales Restbrot, was man... Ja, ja, hier so ein Brot und Pumpernickel... Ja, Pumpernickel nicht, aber so Brote bekommt man ja auch im Supermarkt. Schmeckt wie die normale Marmelade. Probiert dann schnell die Erdbeermarmelade. Schmeckt auch voller Erdbeermarmelade. Ja, damit würde ich sagen, ja, ich flogge ja heute irgendwie, weil das ist ein ganzes Tag, ich werde heute Mittagessen essen und heute Abend am Abendessen und werde euch dann berichten, wie das alles so geschmeckt hat. Ja, dann sage ich mal, bis später, ne? So, ich melde mich mal eben aus meinem Busch. Also ich muss sagen, heute Morgen um 8 oder so habe ich ja da Brot gegessen, diese beiden kleinen Scheiben, die haben recht lange angehalten. Ja, und wenn man zu Hause rum sitzt bei sowas, ist wahrscheinlich eine blöde Art, äh, sag ich mal, man hat ja überall was zu essen in der Nähe, ne? Da stehen Kekse rum, da steht irgendwer drum. Man muss sich echt beherrschen, da irgendwie was von zu noschen. Also das ist wirklich, äh, hätte ich nicht gedacht, weil, klar, man ist natürlich total überreizt alles, ne? Man hat überall was rumstehen. Aber ich ziehe es durch. Ich habe gerade, wie gesagt, habe ich noch mal ein halbes Wasser getrunken, mal auf Trinken will ich nicht verzichten. Ich habe ein bisschen Nachdurst von gestern, keine Ahnung warum. Ja, ich laufe jetzt hier ein bisschen im Wald, aber nur so ein Stündchen, es ist auch scheiße kalt. Und dann werde ich, äh, mal mein Mittagessen wahrscheinlich machen. Muss ich mal gucken. So, von meinem Spaziergang bin ich zurück da fahren. Ich weiß, es hat 5,5, 5,5 Kilometer irgendwie sowas. Ist das nicht schon wieder so scheiße? Ja, so sehe ich mich besser. Weil ich jetzt, wir haben jetzt kurz nach 12, hier werde ich mal einfach den Brühwürfel trinken. Den mache ich mir jetzt warm. Natürlich frisches Quellwasser. Boah, ich habe Hunger. Ich habe richtig Hunger, aber ich trinke jetzt, wie gesagt, erstmal die Brühe. Einige von euch werden das wahrscheinlich alles belächeln. Ich glaube, Leute, die vergessen zu essen. Da denke ich, nee, ich bin jetzt, ja, muss weniger essen. Aber so gar nichts essen über den ganzen Tag, das wäre für mich schon, finde ich schon hart. Also ich kriege relativ schnell Hunger. Sieht man ja auch. Da finde ich das für mich selber jetzt gerade sehr interessant, was hier so passiert. Ich würde jetzt nicht sagen, ah, es ist grenzwertig, es geht hinter meinem Leben. Nee, aber das ist man einfach, äh, ja. Für mich eine interessante Erfahrung. Klepper mit dem Qualm, ne? So. Ja, schmeckt ja wie normale Brühwürfel. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim richtigen Mittagessen wieder. Aber, äh, das dauert doch ein bisschen. Ich halte durch. Da bin ich wieder. Ich melde mich zurück. Wir haben kurz nach eins. Ich habe auch noch Hunger. Ich, äh, mache jetzt das Essen. Ich wollte es draußen machen, aber irgendwie, seitdem ich draußen, seitdem ich draußen war, ist mir irgendwie so arschkalt, ich, äh, jetzt nicht nach draußen am Balkon. Ich habe gelesen, 20 Minuten sollen wir es im Wasserbad. Ich habe mir jetzt gerade einen Topf mit Wasser aufgesetzt, das mache ich jetzt heiß. Und dann werden wir es verköstigen. Bestimmt eine Gaumenschmaus. Ich weiß, ich bin echt gespannt, was da drin ist, wie es schmeckt, weil, da bin ich wieder zurück und habe hier meine Speise. Heißt, deshalb habe ich die Pfanne darunter, weil sonst zu heiß. So, ich mache das mal einmal auf. Heiß. Au. Na ja, so sieht das jetzt hier aus. Ich, äh, probiere das jetzt einfach mal. Ich bin nämlich da voll mutig jetzt. Geflügel-Hack-Steaks. Füllgewicht 300 Gramm, 30% Geflügel-Hack-Steaks. Guten Fleisch, Eis, Wasser, Paprika, Ananas, Karotten, Äpfel, Zwiebel, Mais, pflanziges Öl, Zucker, Salz, Aroma. Mit Milchzucker, Milch, Ei, Sellerie, Soja. Auf 100 Gramm, 459 Kilojoule, 109 Kalorien, sind 300 Gramm drin, also ungefähr 300 Diabatt-Kalorien. Ja, hier sind die Rinder-Hack-Steaks. Äh, nein, guten Hack-Steaks. Hm. Und Flügel-Hack-Steaks. Also, lecker ist anders. Na ja, dazu gibt es lecker Curry-Reis. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn man ja sowieso in der Krise ist, sage ich mal, ist völlig in Ordnung. Ich würde mir jetzt aber nicht so eine Packung nehmen und sagen, ich brauche mir da eine Pfanne, das ist so lecker. Also, ist schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Ich esse aber trotzdem auf, weil ich ziehe durch. Sauber aufgesessen. Fazit, äh, ob es war jetzt noch warmes im Bauch, aber geschmachlich wirklich so, ja, macht satt, aber mehr nicht. Ich habe mir jetzt auch noch mal die Hartkekse geholt, die habe ich auch noch nie gegessen in meinem Leben. Kokolade hebe ich mir für heute Abend auf. Panzerplatten. Also steht hier drauf, Hartkekse, Panzerplatten. Ja, aber das ist ein halber. Also, so sehen die im Ganzen aus. Deshalb heißen die Hartkekse, ne? Boah, der ist nicht trocken. Ist okay. Jetzt habe ich mal irgendwie gehört, früher in meiner Jugend, dass man die auch als Brennmaterial nutzen kann. Probier doch mich aus. Wir brauchen schon Kien sparen, wenn er Dekse hat. Wunderbar. Ja, die scheinen wirklich zu brennen. Ja. Boah, stinken tut mir auch. Irgendwie fühlt sich diese Kälte bei mir so ein bisschen an, wie krank werden. Aber ich will jetzt nicht krank werden. Nee. Nee. Bis später. Da bin ich wieder zurück. Ich habe das Gefühl, dass Essen hält nicht so lange satt. Entweder habe ich heute, ist da heute so ein langweiliger Dorf, wo man sowieso nur essen will. Ist schon komisch. Ich werde jetzt den schwarzen Tee mir machen. Nö, ist ja Koffizeit, ne? Schwarzer Tee ist, also wenn ihr mich gefragt, trinkst du schwarzen Tee? Sag ich mal, nee, mag ich nicht. Ich probiere den jetzt einfach nochmal. Weil gefühlt habe ich vor, ach, vor 40 Jahren oder 45 Jahren, habe ich mal bei, ich glaube zuletzt bei Oma, schwarzen Tee probiert. Ich bin auch kein Kaffeetrinker, wie das einen gewissen. Deshalb trinke ich mal schwarzen Tee. Ich habe hier Zucker auch. Und ich habe auch diese, ich habe mal gehört, Kaffee trinkt man auch, auch schwarzen Tee trinken. Ich bin ja total bescheuert, ey. Schwarzen Tee trinken wir noch auch mit Milch, ne? Ja, dazu wollte ich mir jetzt noch ein paar Kekse, übrigens, ich hatte noch eine halbe Packung Kekse gegessen heute Mittag. Und ich muss sagen, die machen ganz schön satt. Also die machen, da hatte ich echt ein riesen Völle gefühlt. Und ich habe hier natürlich, äh, und ich habe jetzt natürlich die Schoki. Es ist aber auch gleich, bauen wir uns dann, ne? Ich heiße nicht noch mal die dicken Kekse, mit der Schokolade da drin, ey. Wisst ihr die riesen dicke Schokolade-Schicht? Die heißen die denn? Riecht viel Schokolade, sieht aus wie Schokolade. ist Schokolade. 45% Kakao. Und ich muss sagen, die ist richtig lecker. Die ist super. Schwarze Tee, der riecht schon komisch. Ich mache da mal ein bisschen Zucker rein, ne? Und ich mache da mal eine Milch rein. Vielleicht mache ich hier auch nur Scheiße. Wird jetzt wahrscheinlich von irgendwelchen Tee-Kennern erschlagen. Da sieht der schwarze Tee wie ein bisschen aus wie Kaffee. Ich mache die Sachen nie besser, aber im Kiech, es ist Kiech. Na zum Glück ist kein Kiech, ey. Da hätte ich jeder eigentliche Bock drauf. Ja, ich habe mir jetzt die Schokolade rein, die Kekse rein. Ich trinke den Tee aus, versprochen. Auch wenn das jetzt nicht so mein Fall ist. Vielleicht. Ich trinke den aus. Der gehört dazu. Ich trinke den aus. Das Einzige, was ich nicht trinke, ist Kaffee. Weil da, Uuuh! Abbrot gibt noch. Da habe ich ja noch diese komische Mettwurst und noch komisch diese andere Wurst. Und dann vier Scheiben von dem Brot. Also eigentlich die Rationen, die passt so auf den Tag. Vielleicht bin ich aber der falsche Mensch, weil ich immer Hunger habe. So, der Tag geht zu Ende. Abendbrot. Bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich heute Morgen gesagt habe, wie lange das Brot haltbar ist. Also bis 10.24. Dieses Roggenmischbrot. Ja, und jetzt schmiere ich mir eben zwei Brote mit Mettwurst und mit Schinkencreme. Bin mal sehr gespannt. Also ich habe von diesen Brotscheiben noch vier Stück. So, dann fangen wir mal an mit der Schinkenmettwurst. Also, boah. Habt ihr schon mal Katzenfutter losgemacht? Sieht aber jetzt auch nicht aus wie eine mit Mett. Egal. Ist ja schließlich Survival. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Wünscht mir Glück. Boah, ey, alter. Boah, ich will sagen, schmeckt so ähnlich wie sie riecht, aber so im Nachgang kommt so ein bisschen Mett rüber. So, ich esse das mal auf und dann schalte ich die Kamera wieder ein. Dann probiere ich die Schinkencreme und dann kommt mein Fazit. Ja, kommen wir zum letzten Teil. Schinkencreme hatte ich ja schon gezeigt. Also, diese Mett, wie hieß das? Mettwurst. Na, ich hab's auch vergessen, aber... Wie war das? Irgendwann ist der Teufel fliegen oder so, ne? Zur Not. Zur Not ist der Teufel fliegen. Also, die riecht wesentlich angenehmer, diese Schinkencreme, als dieses Mett. Lässt sich beides, oder lässt sich beides schmieren wie Teewurst, ne? Ja, Prost. Ja. Kann man. Doch, die ist okay. Kein Highlight, aber auf jeden Fall okay. Was cool ist, ist diese Dose, die Brotdose, die werde ich wohl behalten. Also, eine Aludose mit so einem schönen Deckel. Kann man in den Rucksack vielleicht irgendwann reinpacken. Ob Elektrozeugs oder... So, mein Fazit, klar. 50, aber halt nochmal nachgeguckt. 15,94 Euro, ne, 15,95 Euro. Ist natürlich eine Menge Geld für den Tag. Brot, völlig super. Marmelade, war halt normale Marmelade. Wurst, also ist jetzt nichts richtig ekeliges dabei gewesen, außer dieses Isostar-Zeugs. Das war schon ganz schön eklig. Für mich ein Vorteil, ich fand den schwarzen Tee recht lecker. Ich hab den ja dann irgendwann nochmal mit Milch und Zucker reingemacht. Fand ich ganz cool, den Geschmack. Also vielleicht hole ich mir doch mal ein bisschen schwarzen Tee, mal eine Alternative zu Ingwer-Tee. Ja, auf Wurst kann ich verzichten. Was mir so ein bisschen fehlte, waren... Ja, irgendwie Vitamine. Aber die waren vielleicht in diesen Isostar-Zeugs, was da geht. Opa, da. Ich glaub, die Wurst kommt hoch. Was da, äh... Wasser drin war. Ansonsten, ja, mit den Tempos weiß ich immer noch nicht, warum Tempos dabei lagen. Äh, klar, Streichhölzer, klar zum Feuer machen. Ja, alles in allem, äh... Ja, wenn man nix anderes bei hat, sag ich mal, kann man damit sicher einen Tag überleben. Also ist auch reichlich da, ist auch mehr als reichlich da. Ich würde sagen, wenn man wirklich irgendwie in Not ist, kann man dann halt auch zwei Tage überleben, wenn man sich da alles ein bisschen einteilt. Äh, ja, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Und ich danke fürs Zuschauen. Schreibt mir ruhig unten in die Kommentare, wie ihr dann fandet. Ob ihr irgendwas anderes noch ausprobieren solltet. Ich verlinke auch die Box, wo ich die gekauft habe, unten einmal. Ja, und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich bin der Hombi von Hombis Welt. Und Hombi, 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 vielleicht denke ich auch an Omblid. Also, ich freue mich auf jeden Fall morgen wieder auf richtig frische Nahrung und nicht auf so einen Dosenfass. Ich, äh, koche ja lieber wie so eine Kacke zu essen. Also, ciao. Ach so. Wasser habe ich ungefähr noch, äh... Da waren ja vier von diesen 100ml Tüten. Da habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich mehr will. Äh, ich hab, ja, ich hab so anderthalb Liter Wasser noch getrunken. Also reines Wasser, nicht irgendwie... Oder Silber oder so. Einfach nur ganz normales Leitungswasser. Ohne Geschmack, damit ich, äh... Ja, war quasi aus dem See. Ne? Ja, jetzt aber wirklich. Ciao.